So, hallo Leute, ich bin es, euer DarksandLane1800 und herzlich willkommen zurück bei Super Mario 570. Ich wollte gerade irgendwas anderes sagen, aber okay, egal. Ja, ich bin wieder hier zurück bei diesem Giftdingen, also Tokushock Schalter der Gefahr, bin ich wieder. Denn wo ich, wo ich glaube Part 4 oder 3 bearbeitet habe, ist mir aufgefallen, nee, ich glaube es war Part 4, egal. Ähm, ist mir eingefallen, dass ich noch einen Stern hier drin noch vergessen habe. Und, das möchte ich jetzt einfach kurz machen, ich mach mal kurz hier einfach ein Safe State. Und, jetzt, mach den einfach mal. Mario, bitte, das, das schwindet gerade nur Zeit. Ja, genau den da drüben, den habe ich nämlich nicht letztes Mal geholt. Äh. Oh schon, yes. Was, nein? Okay. Und ich mach vielleicht noch mal kurz ein bisschen, noch mal den Sound leise. So, vielleicht so müsste jetzt passen. Weil das dröhnt mir meistens dann doch ein bisschen zu arg in die Ohren. So, jetzt, glaube ich, muss ich da nicht mehr hin. So, wo sind wir denn letztes Mal stehen geblieben? Würfelfestungen waren ja diese... Da waren zwei... Ja, da waren zwei Sterne. Kann ich mir aber noch nicht holen. Himmelhänge, Tiefen und Tiefen. Okay. Was, die Flü... Wow. Okay. Ja, gut, ich glaube, sonst weiteres kann ich gerade nichts Großartiges machen. Oh, doch, ich... Habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Weiter oben ist auch noch ein Stern. Das fällt mir gerade ein. Ich glaube, das habe ich nicht gemacht. Ich weiß, was zur Hölle. Das hat gerade kurz gelegt, aber okay. Nein. Ich speichere mal lieber. Was ist jetzt passiert? Kamera ausüben sollte ich hier, glaube ich. Äh, ja, so viel zur Kamera rausgesucht und so. Äh, ja doch, da, 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 doch. Das war doch richtig. Ach, was zur Hölle machen? Bitte. Ja gut, mach mal hier ein Save Slate, ne? Bin ich, wenn ich das schon mal hier oder kann ich hier so und so. Äh, ja verdammt. Eigentlich war das, sollte es anders ablaufen. Eigentlich soll das so und dann so. Perfekt. Und jetzt von hier darüber. Äh. Weil hier ist ein Toady. Der wohl ein bisschen im Boden drin ist, hast du, okay. Hey, wie hast du mich gefunden? Sag niemand, dass ich hier bin. Okay, hier hast du einen Stern. Aber jetzt geh bitte. Jo, ich nehme mir auch den Stern und dann bin ich eh schon wieder der Kassel. Tschüss. Yay. Oh mein Gott, ein Stern. Und ich habe noch nie etwas derart und spektakuläres gesehen. Wieso trotzdem speichern? Ja, natürlich. Natürlich möchte ich speichern. Was ist das für eine Arme? Okay. Ähm. Ja, jetzt glaube ich haben wir nichts mehr hier irgendwie Oberwelt Zeugs. Jetzt glaube ich muss ich wirklich eine neue Welt bilden. Aber man kann nicht dahinter. Ne, ich glaube das, ich glaube das kann ich noch nicht. Doch, ja. Nein, 30. Doch, aus 100 Sterne, ja klar. Ähm. Okay, dann muss ich glaube ich wirklich jetzt Pause machen. Weil sonst, soweit ich weiß, gibt es keine weiteren Ste... Mario, Mario, Mario. Jetzt halt. Nein. Ach so, Maren Perspektive bräuchte ich hier genau. War hier nicht irgendein Geheimnis? Anscheinend nicht. Okay, dann halt eben nicht. Naja, willkommen in der Neuweltplatte. Hallo. Hallo. Wow. Äh. Kamera. Nein. Nein, 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 nein. Achtung, da ist schon eine Kube. Hallo. Ah! Gehe weg. Ähm. Ja. Acht rote Münzen muss ich machen. Die machen wir einfach auch gleich, weil wahrscheinlich mache ich doch 100%. Ich weiß es noch nicht. Ich habe mich noch nicht genau entschieden. Es gibt halt schon ein paar scheiß Aufgaben, halt ein paar scheiß Sterne, aber... Na gut, man... So 10 vielleicht mache ich doch einen. Oder mache ich doch einen Prozent. Ich weiß es wirklich. Jetzt machen wir erst mal so und dann schauen wir mal, wie es dann im Laufe des Spiels noch läuft, ob ich dann vielleicht doch was mache oder ob ich mir dann dank... Nee, Rage Grid. Wahrscheinlich dann, da wird sich dann Theo freuen darüber. Aber der schaut sich hier das Let's Play nicht an. Also das Let's Play, schaut er sich nicht an? Äh, ja, ich glaube, der hat auch seit langem auch keine Videos mehr von mir angeguckt. Woran lag's? Ich habe lange keine Rage Games mehr gemacht, weil das Einzige, was der von mir sich anschaut, ist entweder Amnesia oder irgendein Rage Game. Oder Slender, die Arrival, wenn ich das dann auch mal irgendwann anfange. Aber sonst andere Let's Plays guckt er nicht, außer wenn ich dann irgendwie mit Call of Future oder so herkomme. Aber das wird nie passieren, weil ich einfach solche Spiele nun mal nicht mag. Und da bin ich eh total schlecht. Also daher, warum soll ich ein Spiel spielen, wenn ich da eh total schlecht finde? Ja. Äh, ich weiß gar nicht, wo genau alle... Äh, 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 äh? Wo alles die Münzen sind, deshalb muss ich mich immer noch ein bisschen umgucken. das ist ein stern okay also ich glaube ich soweit ich weiß sind es jetzt zwei jetzt weiß dass es jetzt zwei stellen sind also nein also ich meine ich weiß dass es zwei sterne gibt und zwar den roten münzen stellen dann glaube ich noch einen auf dach da oben aber das hier noch auf einer ist hätte ich nicht gedacht ja das hat mich jetzt ein bisschen überrascht da gibt es nicht hin wo ich dann noch eine rote münze ich glaube jetzt muss ich auf den turm klettern warum habe ich nicht mit diesem blöden poppock da geredet oder oben ich brauchte braucht doch die kanone ich bin mario ich brauche keine kanone aber kann das doch nicht nicht wirklich neun na ja na nein doch mal bitte da fällt mir noch ein ich habe noch ein paar noch fertig zu bearbeiten wo ich noch von meinen letzten aufnahme hat aber hey ist doch egal nämlich jetzt schon mal auch mal voraus dann habe ich ein bisschen voraus auf damit ich dann ein bisschen vorrat habe weil ich versuche dann immer pro tag immer nur einen ein let's play woanders und ich meine ein paar von diesen jetzt gleich so man nicht das heißt pro tag ein display von also ein paar von diesem spiel soll so wollte ich das doch sagen was güte es muss man da guck da ist noch eine kamera kamera bitte wenn sich die kamera dann nicht mal so drehen würde weil alles viel einfacher wollen dass du sie nicht okay zwei fehlen und ich glaube die sind oben also hier schon mal eine scheiße aber ich weiß wie man den standard da drüben hinkommt okay das weiß ich dann schon mal der kommt aber dann erst später dann bin ich jetzt erst mal den anderen stellen wird gewusst hat dass da einer ist die letzte münze hier würde ich ja nicht auch die stern dann habe ich den anscheinend auch irgendwie also das stellen das stellen ich habe gedacht das muss ich gucken wo die letzte rote münze ist jetzt episch du bist dran schuld die verrecken die letzte rote münze muss aber bestimmt hier oben sein ich mache mal hier keinen selbst dabei ist und ich verblinde ich dadurch wahrscheinlich dann nur zeit gar nicht jetzt muss ich gucken das bringt mir so nix war ich glaube ich weiß wo da hinten ja egal ich glaube hinter dem jahr warum warum macht man immer rote münzen immer hinter gebäuden oder so das ist doch total ich meine fast jeden heck ist das immer so mit dem heck ist es so bei star road ist es genau das gleiche zwar nicht hinter gebäuden aber halt immer hinter irgendwelchen gegenständen gestorben wo ich jetzt der stern da schakalaka gut dann haben wir schon acht rote münzen beendet das heißt ja eine weitere acht rote münzen aufgabe ist damit fertig da haben wir einen schlüssel das ist halt nun mal so das ist halt ein fehler aber okay das ich glaube das ist bei star wort genau das gleiche ist und da hätte ich das ist ja auch egal so wo ich jetzt die kanone die kanone oder minibadabidibeduda speichern äh 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 hui scheiße so zu hoch ja das war zu hoch das war zu tief ach gott mario ja das gibt's nicht okay wahrscheinlich dann doch so bleibt das ist jetzt nicht dein ernst komm schon oh der wäre eh wieder vorbeigeflogen jetzt seit das muss perfekt sein oh yes das war's auch sehr gut schöner habe ich schon mal den stellen jetzt müssen wir nur noch fragen wie ich den einen stern in diesem turm krieg und dann noch diesen ok ok dann habe ich 29 nachdem ich die ok ok da fehlt mir eigentlich dann nur noch von daher eigentlich nur noch ein stern ok vielleicht ist da oben vielleicht so ein total oder sogar kann schieße mich jetzt einfach mal da hoch und schaue einfach mal was ich machen kann ob ich glaube da kann ich doch gar nicht gegen die wand fetz oder doch ganz knapp aber oder äh äh das ist ein leben das ist ja irgendwie wandsprung doof hoch machen oder so ich habe ja gar kann komm schon bleibt naja nein wie soll ich mich da hinschießen ich möchte einfach nur wort daher na gut ich glaube das funktioniert so nicht da muss es irgendeinen anderen weg geben aber aber das da war da ist gar nichts drin na na nix schade irgendwo muss wahrscheinlich ein portal drin sein irgendwie so super derps teleporter der stadt ja ich sehe da ein bisschen darum das ist ja eigentlich hier nur die einzigste kanone die es gibt es muss was mit der kanone ich weiß wie okay jetzt weiß ich wie kanone ja ich war doof ich habe mich doof angestellt ich muss mich da erst auf den turm hinschießen dann mit so einem sprung tritt mich dann da rein treten sagt mir so wir brechen ein bock 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 ist zurzeit mein lieblings sound jedes mal wenn ich irgendwas gegen jemand einen kopf kriegt oder sonst irgendwie da immer bock ja genau da ist der stern das ist und bin ich darauf nicht früher gekommen in keiner gut war jetzt eigentlich nicht schwer es kommt halt nur drauf an ob man nachdenkt oder nicht hätte ich jetzt nicht nachgedacht hätte ich mir unheimlich scheiße schwer gemacht oder sagt man so hätte ich wahrscheinlich gar nicht geschafft warum habe ich das jetzt gemacht ich war doch eklig da egal wo wir uns den letzten stern oder machen wir bau so und dann schauen wir mal weiter ich muss mal ganz viel aufnehmen aber halt auch darauf achten dass ich noch mache bitte dass ich auch noch speicherplatz habe da kann ich jetzt eigentlich der stern da oben da kann ich jetzt eigentlich auch so einen wandsprung nach oben machen aber ich mache einfach mal einen einfachen weg und es ist zwar eine abkürzung aber so oft wie ich wahrscheinlich daran fällen werde mache ich es einfach gar nicht mal einfach normalen weg so wie man das machen sicht okay das ist aber die kamera geht mir jetzt schon wieder auf den sack okay ich lasse es so dann kann ich mich Kamera bitte ich bin schon mal hier ich brauche warte mal das könnte funktionieren wenn ich die kamera jetzt richtig drehen perfekt ne okay wahrscheinlich glaube ich doch nicht oder das funktioniert doch dann habe ich mir schon mal zeit gespart jawoll gut dann habe ich schon mal den letzten stern in dieser welt das muss ich nur wieder rein egal ob auf altraum schlachtfeld clear nicht wirklich aber okay ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020